Das schwankt mir schon ganz schön hin und her, weil wir müde sind. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und bevor ich hier gleich noch ein paar einleitende Worte sage, muss ich mal kurz schauen, wo ich denn zum Schlaf hinkomme. Ja, in der Mühle, da schlafen wir. Weil wir müssen ja eh dahin, um mit dem Pesek noch ein ernstes Wort zu reden. Kann ich denn schnell reisen? Okay, und dann lege ich mich schlafen und dann reden wir ein bisschen, weil man sieht es schon, dem geht es nicht gut. Die Gesundheit in der Mitte ist nicht mehr besonders hoch. Er schwankt so komisch beim Laufen. Ich muss nicht wirklich... Oh, ich will gar kein Schloss knacken. Ich will mich da hinlegen. Wo war noch mein Bett? Bin ich aus dem Haus gekommen? Ich war ja erst einmal bei Müller. So, das war hier. Hi, Theresa. Nicht viel Zeit. Entschuldigung. Ich will mich da nur hinlegen. Ich finde mein Zimmer nicht mehr. Als ich hier rausgestürmt bin, das ist die Mühle. Pass auf, wo du hingehst. Entschuldigung. Ich habe letztes Mal hier geschlafen, glaube ich, in der Ecke. Wir müssen uns setzen. Wir müssen schlafen. Und dann können wir reden. Schlafen gehen. Also, wer jetzt erst hier reinschaltet und jetzt nicht Spoiler vom Anfang haben möchte, der sei hier mit gewarnt. Ansonsten erzähle ich mal kurz, was bisher passiert ist. Das Prinzip nur der Prolog passiert. Man spielt eine Weile dem Prolog. Und dann kommt auch noch mal War Horse und Deep Silver Presents. Kingdom Come Deliverance. Also, das ist schon so als Prolog gedacht. Was ist bisher passiert? Ich schlafe erst mal kurz. Die Sattheit. Oh, die Gesundheit geht ganz schön hoch. Das ist gut. Und Energie. Ich will aber trotzdem ein bisschen länger schlafen. Weil 10 Stunden erst mal verdient. Und ich will auch nicht, dass es noch dunkel ist. So halb 5 ist vielleicht eine gute Zeit erst mal. Dann schlafen wir. Also, was ist passiert im Prolog bisher? Es geht darum, dass wir in Böhmen sind. Und König Wenzel, der nicht ganz so kompetente Herrscher und Sohn von Karl, Kaiser Karl IV., ist an der Macht. Und nicht so besonders beliebt beim Adel und beim Volk. Und sein Bruder, der jüngere Bruder, fällt in das Land ein, um die Herrschaft an sich zu reißen. Und wir geraten so ein bisschen als Sohn des Schmieds von Skarlitz, so ein bisschen zwischen die Fronten, weil der Siegesmund mit seiner Armee einfällt in die Stadt. Ja, und das Dorf niedermetzelt. Ich glaube, der Siegesmund selber dabei war. Aber auf jeden Fall fallen die in das Dorf ein, metzeln alle nieder. Vielleicht schlafe ich sogar noch ein bisschen länger mit. Ich habe nicht so abends, dass ich so früh müde werde. Ich glaube, ich schlafe nochmal. Es ist auch noch dunkel, es regnet. Naja, also der fällt in die Stadt ein. Und das ist jetzt nicht so schön einmal für die Stadt. Aber tatsächlich werden auch unsere Eltern bei dem Angriff umgebracht. Und wir fliehen dann aus der Stadt zu der nahegelegenen Burg Tallemberg und kommen da unter. Dann wollen wir aber, als es sich ein bisschen beruhigt hat, wir vermuten, dass es sich ein bisschen beruhigt hat, unsere Eltern begraben, die dann noch niedergestreckt in den Ruinen von Skarlitz liegen. Und als wir zurückkommen, werden wir leider von Banditen überrascht. Und werden niedergestreckt, so groben. Und wir werden von Teresa, die wir schon kennen, aus der Stadt, eine Freundin in Skarlitz war, eine Freundin halt. Unsere Freundin Bianca ist leider auch umgekommen bei dem Angriff. Wir werden von Teresa dann hier zu dieser Mühle gebracht, zu ihrem Onkel, und werden über zwei Wochen gesund gepflegt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir Schulden bei dem Müller haben, weil der uns mit Essen versorgt hat, mit einem Ruheplatz und tatsächlich auch einen Apotheker bezahlt hat, damit wir wieder gesund werden. Und jetzt müssen wir die Schulden bei ihm abbezahlen. Wir haben so eine zwielichtige Aufgabe angenommen von ihm, und zwar, dass wir einen Gehängten ausgegraben haben, weil der angeblich einen wertvollen Ring am Finger hatte, den wir ihm abnehmen sollten. Und das haben wir jetzt sogar gemacht, mit einem unguten Gefühl. Und dann stellt sich raus, wir haben ihn ausgegraben, der hat gar keinen Ring am Finger. Und jetzt muss ich mit dem Pesek mal ein ernsthaftes Wort reden, was das alles sollte. Und außerdem, ja, die große Quest ist jetzt praktisch einfach rausfinden, was hat sie mit Armee auf sich. Wir wollen unsere Eltern rächen. Wir wollen vielleicht zurück nach Thallenberg. Wir wollen zu unserem alten Burgherr, Herrn Ratzig. Und das ist nur die Quest, die zeige ich Ihnen aber auch gleich nochmal. Morgens erst mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Und dann geht es uns doch sicherlich mal besser. So, wie gesagt, wenn es irgendwie Probleme im Stream gibt, ich nehme halt gleichzeitig auf und ich lade noch auch Sachen auf YouTube hoch, im Moment relativ viel, dann meldet euch einfach und dann schauen wir mal weiter. So, ein schöner Morgen immerhin. Ich habe gedacht, es regnet. Ist gar nichts. Der Bach in der Nähe, der hier durchfließt, der das Geräusch macht. Und das ist keine Windmühle, sondern eine Wassermühle, die halt den Bach oder den Fluss nutzt, um das Korn zu mahlen. Okay, na dann. Wo ist denn der Pesek als Müller? Die sind ja eigentlich immer früh auf den Beinen. Gucken wir doch mal direkt in der Mühle nach, ob er hier unterwegs ist. Und mit dem muss ich jetzt mal reden. Das kann ich euch auch mal im Questlog zeigen. Falls ihr die Karte noch nicht gesehen habt, die Karte ist wirklich sehr, sehr schön. So eine zeichnete Karte. Und je nachdem, wie nah man ranzoomt, hat ja noch sehr schöne Illustrationen. Man sieht dann hier die verschiedenen Orte, die man schon erkundet hat. Man sieht Questmarker. So hier, hier kehre zu Müller-Pesek zurück. Das ist gerade, was wir machen. Hier oben sieht man Tallemberg, was ich erzählt hatte. Die Stadt, wo wir nach dem Überfall untergekommen sind. Und Skarlitz, unsere alte Heimat, die jetzt eigentlich nur Ruinen ist, muss man sagen. Und die Quests, wir schauen mal kurz rein. Zuletzt aktualisiert, das Erwachen. Das war, ja, dass wir aus unserer langen Schlummerphase, aus unserer Erholungsphase erwacht sind. Wir hatten dann noch Albträume, die wir auch gespielt haben. Und jetzt wollen wir zu Herrn Ratzik, das war unser alter Burkherr. Wir haben eine Schuld zu begleichen. Dann die Vergeltung, das ist so die Hauptquests, die zwei Geschichten. Wir wollen das Schwert unseres Vaters zurückholen, das wir verloren haben. Und den Tod unserer Eltern rächen. Jetzt haben wir diese Nebenquest, der ehrbare Dieb. Ja, wir haben das halt gemacht. Wir haben das mit dem Ring nicht gefunden. Das reden wir mal mit dem Peshek darüber. Und wir haben eine Aktivität schon angenommen, hier oben, dass wir, ja, so Hasenfälle irgendwie, wenn wir die bekommen, an den Gerber verkaufen können. Aber das ist nicht ganz ungefährlich, weil einfach so Tiere jagen, ist schnell mal Wilderei. Wild bin ich zwar, aber mit Wilderei habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Und wo ist der Peshek jetzt? Ich gehe mal auf die andere Seite der Mühle mal. Da ist er da drin. Der kann ich aufmachen. Ah, toll. Das grüne Ahr sollte mir eigentlich den Peshek anzeigen. Ich weiß gar nicht, ob das, wie dynamisch das ist, ob das halt prinzipiell zeigt, wo der Peshek wohnt und ich da hin muss oder ob das auch wirklich seine aktuelle Position anzeigt. Hat der vielleicht oben geschlafen? Ich habe ja unten geschlafen. Pennt der Peshek noch? Der pennt noch! Was ist das denn für ein Müller? Ich bin einfach weggelebt, ob das unhöflich ist. Ich weiß ja nicht. Wir reden mal mit ihm. Scheiße, bin eingepennt. Okay, der will noch nicht reden. Schloss knacken wollte man nicht. Ich spreche ihn nochmal an. Hallo? Warum möchtest du mich? Hau ab! Ach, Mann. Ich will jetzt auch nicht weg hier, weil das meine nächste Aufgabe ist. Ich will jetzt in der Nähe nicht viel machen. Hier ist auch ein Gerbe. Wo ist denn Theresa? Kann ich mit der mal kurz quatschen? Also wirklich? Was ist das für ein Müller? Warum schläft denn der noch? Das muss ja wohl echt nicht sein. Könnt ihr mal gucken, ob ich mal Tiere im Wald finde. Das ist wirklich nicht einfach. Und das habe ich meistens nicht geschafft. Ich will beschreiben, ob ich nicht die Zeit vorstellen kann. Ich kann die Zeit vorstellen, ja. Aber der müsste eigentlich jeden Augenblick wach werden. Im Wald. Bearbeitete mit deinem Schwert wird vorgeschlagen. Nee. Das Spiel, das ist schon, nimmt das alles sehr ernst. Das ist nicht auf die leichte Schulter, wenn ich hier zum Quatsch anfange. Deswegen. Ich lege mich echt nochmal eine Stunde hin, wenn der auch pennt. Oh, Theresa. Moin. Macht mir die Nase. Ich höre die Nase zu. Hast du schon gegessen? Nö, noch nicht gefrühstückt. Noch nicht. Isst wenigstens ein bisschen. Du musst wieder zu Kräften kommen. Hört sich gerade nicht zu sagen. Obwohl, ich glaube, mit Essen sieht es gerade ganz gut aus. Wir haben ein bisschen Hunger. Ein Frühstück wäre gar nicht so schlecht. Ich könnte jetzt aus dem Inventar was essen. Das wird ja auch schlecht. Irgendwann die Nahrung. Gerade das Brot hält jetzt nicht mehr so ewig lang. Pozentual muss man ein bisschen verfolgen, wie das ist. Das wird irgendwann auch schlecht. Und dann ist Schluss damit. Und das ist auch unterschiedlich. So ein Käse hält sich sehr lang. Oder ein Apfel. Und andere Sachen werden relativ schnell schlecht, muss ich sagen. Ich nehme mal was aus dem Topf. Ich habe auch was warmes gemacht. Aus dem Topf essen direkt. Die Riese hat uns ja was angeboten. Ich könnte auch was in den Topf geben, um das leckerer zu machen. Sobald wir essen einfach was aus dem Topf. Jetzt geht es uns auch gut. Wir sind nicht mehr satt. Volle Energie. Alles top. Der Müller pennt immer noch. Ich lege mich nochmal hin. Warum nicht? Kurz nochmal eine runde pennen. Wenn er noch nicht wach wird. Panda Duder meint, er sieht ein bisschen aus wie ich. Die Ähnlichkeit wäre mir noch nicht aufgefallen. Dann schlafen wir noch eine Stunde. Man kann es auch mittendrin abbrechen, wenn man es meint. Das ist jetzt ein bisschen viel. Ich muss jetzt gleich abbrechen. Zehn vor acht. Ha! Gar nicht mal eine ganze Stunde gepennt. Der Müller ist aber jetzt mal wach, oder? Ja, moin. Kommt der runter? Ich will nicht in dein Schlafzimmer kommen. Ich habe keine Zeit. Du hast mich in diese Blödemission geschickt. Das war echt nicht gut. Was war das denn? Der will nicht mit mir reden, glaube ich. Gott sei mit dir. Mhm. Ich gehe mir doch gleich mal in Mediarees. Also gleich hier mal zum Thema kommen. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Ach boah, also diese Leiche looten, ja. Aber jetzt noch den Henker beklauen, das geht doch schief. Och Mann. Wenn er tagsüber vielleicht beschäftigt ist. Och Mann. Was ist denn, wenn ich sage, nein, das mache ich nicht. Ich muss halt leider dem Müller das Geld zurückzahlen. Sonst bin ich in einer unangenehmen Situation. Aber der Twitch-Chat will auch, dass ich es tue. Das ist schon ein bisschen spannend auch. Aber ich will eigentlich nicht gleich zum Kriminellen werden. Na gut, ich besorge dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornhochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ich kann Jungfrauen. Wo ist denn die Dialogoption, ich kann Jungfrauen nageln? Naja, also der Henk hat ihn eigentlich auch selber gestohlen, wenn man es so sehen möchte. Gehört ja der Leiche. Irgendwie gehört das alles irgendwie anders. Sollen wir mal beibringen mit dem Schlosserknacken. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich es dir eben beibringen. Komm mit. Ich mag die Dialoge wirklich gerne in dem Spiel. Das passt immer vom Ton her sehr gut zu den jeweiligen Charakteren. Wenn man gemerkt hat, ob man nur mit einem höher gestellten Adling redet, mit dem Vater oder mit dem Müller, der so ein bisschen anders drauf ist. Na dann. Zeigst du es mir hier oder was? Nimm den Tietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine Hexerei. Es braucht bloß etwas Übung. Stochere nun mit dem Tietrich im Schloss herum, bis du die Stelle findest, an der sich die Zuhaltung befindet. So, wir holen uns mal Hilfe. T. Schlösserknacken. Zum Schlösserknacken brauchst du einen Tietrich und solltest auch Ersatz haben, da Tietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du eh bei anvisiertem Schloss gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint und du musst den Tietrich an die richtige Stelle einsetzen. So, dann musst du den Tietrich benutzen, D, um den ganzen... Ach nein, es geht um den Uhrzeigersinn. Ob du dich dem Idealpunkt näherst, verriet dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. Okay. Also man muss den Tietrich an die richtige Stelle schieben. Na dann. Versuchst du den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Tietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Tietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden am Tietrich verursacht ein Geräusch, das für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Ihn zu zerbrechen ist sogar noch lauter. So, dann musst du den Tietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich muss die Bewegung des Tietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung die Position des Idealpunkts ändert. Na, herzlichen Glückwunsch! Also, finde ich jetzt den Idealpunkt. Muss ich erst nochmal klicken. Muss ich jetzt E bei anvisiertem Schloss, also habe ich ja schon gemacht, mit E bin ich jetzt schon drin. Mit D dreh ich. Das sehe ich ja nicht. Erst dann muss ich... Irgendwie... Kommt dieser gelbe Punkt dann nicht? Hast du's? Nein. Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los, sonst verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Irgendwann scheint dieser Mauszeiger nicht, der mir hier versprochen wurde im Tutorial. Ja. Die Größe ist Zeiger. Da passiert aber gar nichts. Kinder, was ist denn hier los? Also, die habe ich noch nicht. Ich suche jetzt mal ein bisschen rum. Die Hand... Hm. Also, da habe ich gar nichts. Ich versuche jetzt trotzdem mal zu drehen. Irgendwas klappt nicht ganz weit. Ich glaube, ich bin jetzt in das Menü gegangen. Wir probieren es nochmal. Ich muss hier nicht eh drücken, weil ich das gerade noch mal bin. Ich bin ja schon drin. Schloss drehen mit D funktioniert auch nicht. Schloss knacken klappt einfach nicht gerade. Obst, bin ich im Overlay? Das wollte ich nicht. Da habe ich irgendwas umgelegt. Ja, Schloss knacken leicht. Schloss knacken leicht gemacht. Von wegen. Also, ich wollte jetzt mal versuchen, das halt falsch zu machen, indem ich jetzt schon das Schloss drehe, einfach mit D. Bis jetzt habe ich eigentlich noch keinen Bug in dem Spiel gehabt. Und ich spiele schon jetzt einige Zeit. Das sieht mir aus, als würde es einfach nicht funktionieren. Ich kann nicht klicken. Diese Idealposition wird nicht angezeigt. Ich kann nicht mal das Schloss drehen. Und ich kann die ganzen Aktionen nicht machen, die von mir verlangt werden. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Liebesspiel. Ich muss eh nicht gedrückt halten. Eh gedrückt halten, weil es gerade gefragt wird, muss ich gedrückt halten, damit ich überhaupt in die Animation komme. Da sieht man immer unten, wie sich das auflädt. Das Schloss knacken. Wenn wir mit ihm reden, dass das nicht klappt. Ich glaube nicht, dass es rätselös ist. Vielleicht beim Gucken, um was schiefgegangen, können wir mal schauen. Der ehrbare Dieb. 2.09 Uhr. Das war heute Nacht. Seitdem hat er nicht mehr gespeichert. Miss Wet'n's Day. Ich frage, ob ich mich an einer Kiste probieren kann. Vielleicht. Dann gehen wir kurz ins Haus. Dann müsste ich auch die Tür knacken. Das finde ich wahrscheinlich nicht so witzig. Er wartet jetzt hier mal. Warte doch mal kurz. E kann ich da drin nicht drücken. Das habe ich gerade schon probiert. Da passiert einfach nichts. Bei D passiert auch nichts. Warum sind wir jetzt auf der anderen Seite der Mühle? Das ist doch auch Quatsch. Wenn ich das Schloss hier knacken, wird er bestimmt böse. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Warte mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Lange warten wir bei solchen Sachen nicht. Die werden dann immer ein bisschen ungeduldig. Ich mache die Tür zu. Ich will ja nicht wirklich eigentlich von Müller was klauen. Ich will mal probieren, wie das an der Kiste aussieht. Die eine Kiste ist ja offen. Das ist ja meine. Hier geht es mir. Hier geht das D zumindest. Ah, okay. Ich glaube, er zeigt das Overlay bloß nicht an. Ich kann hier tatsächlich, wenn ich die richtige Stelle finde, das machen. Ich gehe hier mal weg, weil ich will gar nicht das knacken. Er zeigt mir bloß den Mauszeiger nicht richtig an. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also er zeigt diesen gelben Punkt nicht an. Wenn ich an der richtigen Stelle bin, kann ich jetzt gerade D drücken, um das Schloss zu drehen. Also das heißt, ich muss durchaus probieren, dass ich es jetzt finden. Ist er weg. Ich habe es euch gesagt. Egal. Er hat es mir ja gezeigt, wie es geht. Er hat mir auch ein paar Dietrich hier gegeben. Sonst probiere ich es mal aus. Ich muss aber die richtige... Das blöde ist, dass ich meine Dietrich vielleicht so kaputt mache, wenn ich die Stelle nicht habe. So ein Soundclou. Vielleicht bricht mir der Dietrich ab. Tja. Ist genauso leicht, wie eine Jungfrau zu nageln. Klappt bei mir auch genauso gut. Ich finde hier nirgendwo was. Ich finde das Loch nicht. Das wird ja ein Riesenspaß, wenn ich beim Henker versuche, da die die Truhe zu knacken. Wo ist denn jetzt überhaupt hin? Dann probiere ich das aber nochmal bei ihm, dass ich das jetzt schaffe. Ja. Wir reden nochmal kurz mit ihm. Kann ich was fragen? Obwohl, mit ihm will ich jetzt gar nicht reden. Ich will gerade mit ihm gar nicht reden. Ich will es mit dem Schloss knacken schaffen. Ich weiß nicht, wie schnell er sein Geld wieder zurückhaben möchte. Und da er hier draußen beschäftigt ist, der Müller. Hier drin? Hier gibt es keine Tür. Jetzt hier ein Schloss zu knacken, während er zugucken kann, wäre nicht so ideal. Er schleppt jetzt die Sachen ein bisschen hin und her. Ist aber nicht weit. Dann würde ich das mit dem Schloss knacken sonst verschieben. So blöd das jetzt ist, aber das gibt es schon ein Day-One-Patch und vielleicht ist es einfach nur ein Zufall gerade mit dem Safe-Game oder so. Wenn ich nochmal Speicher und lade, ist das anders. Man kann halt nicht beliebig Speicher und anladen. Deswegen will ich jetzt einfach mal gucken, dass ich mal einfach eine Audienz beim Herrn Ratzig mir hole im Schloss und die Schulden zurückzahlen. Mein Gott, er kriegt schon noch sein Geld. Ist ja auch in der Nähe. Das heißt, ich gehe hier mal zur Burg, gucke mich auf den Weg ein bisschen um. Vielleicht finden wir ein paar Hasen für den Gerber und auch das Fleisch. Jetzt chillt der wieder. Der ist schon so. Der ist ein bisschen zwielichtig. Also das machen wir jetzt als nächstes und dann hoffe ich einfach, dass demnächst das mit dem Schlossknacken richtig funktioniert. Bipsch meint, ich soll mir vorhin ein Safe-Game machen. Ja, mit dem Speichern das ist immer so eine Sache. Wo ich könnte einfach da hingehen und versuchen. Ich will eigentlich eigentlich, das Spiel spiele ich nicht so und ich spiele allgemein Rollenspiel nicht so. Leute, die mir schon länger zuschauen, wissen das. Dass ich Rollenspiele nicht so Spiele so safe-scumming. Dass ich immer Speicher was mache, wenn es nicht geklappt hat nochmal. Ich spiele Rollenspiele so, dass ich wirklich eine Rolle spiele. Einmal innerhalb des Spiels so, dass ich die Eigenschaften oder dass ich die Entscheidung treffe, der Panter, die Eigenschaften treffe, wie es halt auch der Charakter tun würde oder wie ich das machen würde. Dass ich da eine Linie fahre. Nicht immer nur so, was ich halt bei Divinity oft gelesen habe. Ich habe hier max XP geholt. Ich habe die Quest angenommen. Ich habe den Quest gegenstand abgegeben. Dann habe ich die alle noch umgebracht und die Leichen an den Teufel verkauft. Und jedes Mal gab es XP. Was mache ich halt nicht? Sondern ich mache halt, wenn ich mich dazu entscheide, ein ehrbarer Charakter zu sein, dann klaue ich halt nicht. Und wenn ich eine Quest so löse auf bestimmte Art und Weise aus bestimmten Gründen und sie dann weniger XP gibt oder nicht klappt, dann ist es halt so. All das mache ich halt. Und so spiele ich dann halt auch... Ich muss nach Süden, jetzt bin ich gerade falsch gegangen. Und so spiele ich auch das Spiel. Ich werde es nicht irgendwie speichern, gucken, ob was klappt. Wenn es nicht klappt, neu laden. Der einzige Unterschied ist jetzt wirklich mal, wenn gerade hier was verbuggt ist und ich deswegen das Schloss nicht richtig knacken kann, dann mache ich das schon. Genau, noch eine Sache ist, man kann auch nicht hier so dieses Safe Scumming betreiben, weil man halt hier diesen Retterschnaps trinken muss, um zu speichern. Und davon hat man nur begrenzt und man wird davon auch besoffen. Also man kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit speichern. Man kann natürlich speichern und laden den einen Safe Case. Einen Safe Case immer wieder laden. Aber das mache ich halt auch nicht. So, hier links muss man nicht lang. Wir gehen hier Richtung Süden, am Badehaus vorbei. Wir können uns Rataima angucken. Nun gut. Ein bisschen die Musik genießen. Sehr schön. Indigo Aurora hat es vom 1.8.2015 gekauft, einer der frühen Bäcker. Da muss man ja eigentlich auch Danke sagen an dich unter anderem, weil ihr habt das halt dann habt ihr es halt mit möglich gemacht, dass es das Spiel überhaupt gibt. Da ihr es frühzeitig schon auf Kickstarter gebackt habt, muss man sagen, Danke, weil es ist ein sehr tolles Spiel. Ich soll mal gleich die deutsche Synchro zeigen. Kann ich gleich machen. Die deutsche Synchro ist hervorragend bisher, finde ich. Also wirklich sehr gut. Gute Sprecher für die einzelnen Leute getroffen. Den Ton sauber getroffen. Also mit Ton meine ich die Tonlage, nicht jetzt der Ton im Spiel von der Qualität, von der Soundqualität, sondern davon, wie die Leute mit einem reden. Der Müller eben war total super. Ich habe mit Adeligen schon gesprochen, mit dem Vater, mit anderen, mit Freunden, jedes Mal ganz anderer Art. Auch, ich finde gerade die deutsche Synchro aus einem ganz besonderen Grund für Mittelalter-Spiele und so viel besser geeignet. Einmal spielt das ja in Böhmen und in Deutschland ist da ja in der Nähe. Also für das Spiel ist da deutsch irgendwie naheliegender. Das ist das eine. Das ist ja auch ein, vom Entwickler ist jetzt ja nicht, das Englisch das Original ist. Ich würde auch sogar denken, dass Deutsch vielleicht einfach die bessere und die originale Synchro ist. Und das Letzte, so ganz allgemein und sozusagen im Meta gesprochen, ich gehe jetzt doch zum Henker. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wir speichern da mal. Ich will das ausprobieren. Das Letzte ist, dass eine deutsche Synchro den Unterschied zwischen Duzen und Siezen hat. Das sagt Du oder Sie oder Ihr oder Euch. und das gibt noch mal immer eine andere Stufe rein, weil man macht das ja auch mit den Freunden und mit der Familie und so weiter, duzt sich die halt und bei Höhergestellten und Adligen und wenn ich die nicht kenne, sieht sich die eher. Und das gibt noch mal eine ganz andere Dimension, als wenn der Charakter immer eine Ju sagt. Ja. Und sie haben auch wirklich gute, hochkarätige Sprecher, wie solche deutschen Synchronsprecher von Liam Neeson und ein paar anderen Leuten und so weiter. Das ist also wirklich schön. Die Wegfindung der Charaktere ist manchmal ein bisschen schwierig. Die hängen ganz gern an so Sachen fest. So, hier möchte ich mich jetzt eigentlich nie unbeliebt machen. Zum Henker bin ich, glaube ich, letztes Mal auch hier durch den Wald gegangen. So, wir können mal ein bisschen laufen. Ruhig. Wenn man genug Ausdauer und ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Einfach jetzt Richtung Westen. Das ist auf jeden Fall wirklich, also ich finde die sehr gelungen. Ich bin sehr, also gerade die Dialoge und die Charaktere sind bis jetzt ein absolutes Plus des Spiels und damit auch die Synchronisation, alles drei zusammen in der Kombination ist wirklich, wirklich toll. Tja, und das ist das Haus des Henkers hier. Und jetzt speichere ich wirklich mal. Weil ich dachte, weil das irgendwie mit dem Schlossknacken noch so ein bisschen verbuggt ist. Vielleicht lade ich dann auch mal und dann ist es irgendwie weg. Das könnte ja sein. Wir speichern mal. Spiegel speichert. Deshalb braucht ihr erstmal, das kann ich mal zeigen, so ein Retterschnaps im Inventar. Im Inventar. Nehmen wir erstmal kurz weg. Sucht hier mir nach A bis Z. Retterschnaps heißt der. Hier, zwei Stück haben wir nur noch. Die hat 7% Alkohol. Haltbarkeit hält ewig, bringt sonst auch nichts, aber man speichert halt. Und davon hat man nur eine begrenzte Anzahl. Man kann also nicht beliebig oft speichern. So, hier steht das übrigens. Falls ich eine neue Flasche benötige, kann ich bei Händlern, Schenken und Apothekern vorbeischauen. Ich kann ihn auch selber brauen, wenn ich nötige Zutaten habe und einen Alchemie-Tisch. Und ich gehe jetzt mal aus dem Spiel raus. Kurz. Oder lade das. Ich gehe mal ganz raus. Ganz kurz nur. Und wir machen es so. Ich beende mal die Folge hier, weil ich auf YouTube ja das noch in Folgen unterteile. Auf Twitch geht es sofort weiter. Ich beende nur mal das Spiel. Lade mal neu. Vielleicht gibt es irgendwie auch einen kleinen Patch schon. Ich habe den Day-One-Patch schon drauf, aber vielleicht gibt es auch einen neuen Patch. Oder einfach das Laden des Spiels hilft mir, diesen Bug zu beseitigen. In der nächsten Folge werde ich dann hier beim Henker versuchen, das zu knacken. Ich habe außerdem schon einige Skill-Punkte, die ich verteilen kann. Das können wir uns mal zusammen anschauen. Dann seht ihr auch ein bisschen das Skill-System. Und wenn ich die Nebenquest geschafft habe, gehe ich entweder zurück zum Müller oder wir gehen die Hauptquest an und zu Herrn Ratzig in die Burg. Genug zu tun. Wir sehen uns also gleich, wenn es weitergeht.